Herzlich Willkommen bei NBOS TV zu einem neuen Video und es geht dieses Mal um Remothered Broken Porcelain, denn wir waren auch beim Publisher Modus Games und haben uns da von einigen der Entwickler bei Stormind Games alles neue rund um das Spiel zeigen lassen, das im Sommer des nächsten Jahres erscheint, und zwar für ungefähr 30 Euro, zumindest die PC-Version, wahrscheinlich ist die Konsolen-Version etwas teurer. Der Vorgänger, den gibt es ja mittlerweile auch für die Konsolen und Remothered Broken Porcelain wird zum Start verfügbar sein für PC, Switch, Playstation 4 und Xbox One. Es soll absolut von Vorteil sein, den Vorgänger zu kennen, aber es ist auch nicht so schlimm, wenn man ihn nicht gespielt hat, weil die Story schon einigermaßen eigenständig sein soll. Jedoch einige Dinge sind besser verständlich bzw. machen dann doch storyseitig mehr Spaß, wenn man den Vorgänger gespielt hat. Und es soll einiges an fantastischen kleinen Easter Eggs geben. Vor allen Dingen soll es einige Parallelen zu Stephen Kings Shining geben. Da haben wir schon einige sehen dürfen, aber hier wollen wir nicht zu viel verraten, das macht sonst etwas die Überraschung kaputt. Die Story beginnt nämlich damit, dass ihr Jennifer spielt und Jennifer hat jetzt gerade einen neuen Job als Haushälterin für das alte Anwesen Ashman in Ergadadat. Dieses soll zusammen mit ihrer vorgesetzten Andrea und einer anderen Mitarbeiterin über den Winter in Sizilien instand gehalten werden. Alleine hier sieht man ja schon einige Parallelen zu Shining, aber auch die Tatsache, dass Andrea eines Tages ein seltsames Verhalten aufweist und stetig aggressiver wird, erinnert an den Horrorroman. Ihr fangt dann natürlich an, so ein bisschen herausfinden zu wollen, was denn da los ist und warum Andrea irgendwie sich merkwürdig verhält und findet auch einige Dinge, die irgendwie sagen, hey, irgendwas stimmt hier nicht in diesem Haus. Und wie es dann kommen muss, passiert es irgendwann, dass euch Andrea mit einem Messer hinterher rennt und abstechen will. Im Gegensatz zum Vorgänger könnt ihr euch allerdings wehren und auch Andrea mit eigenen Waffen, zum Beispiel ebenfalls einem Messer, komplett außer Gefecht setzen. Hier muss man aber sehr trickreich und sneaky vorgehen. Und sie stirbt dann auch nicht, sondern ist, obwohl man sie abgestochen hat, nur für einige Zeit außer Gefecht und steht irgendwann wieder auf. Jedoch genug Zeit, um dann zum Beispiel einen Schlüssel zu finden, mit dem ihr aus der Etage abhauen könnt. Aber nach wie vor ist es häufig natürlich doch die bessere Variante, sich einfach zu verstecken und zu hoffen, dass Andrea oder auch andere Gegner, die es später noch geben wird, euch nicht finden. Jedoch kommt hier ein ganz spezieller Gameplay-Kniff zum Tragen. Man weiß nämlich nie genau, wenn man sich zum Beispiel in einem gewissen Schrank versteckt, ob euch Andrea findet oder nicht. Das ist nämlich alles nicht vorgerendert. Man kann nicht sagen, wenn es beim ersten Spieldurchgang genauso geklappt hat, dass es beim zweiten dann immer noch funktioniert oder wenn ihr dreimal euch im gleichen Schrank verstecken wollt. Denn das Verhalten der Gegner ist absoluter Zufall, beziehungsweise zusätzlich zum Zufall kommt es auch noch auf einige Faktoren an. So kann es sein, dass sie plötzlich euch im Schrank findet oder irgendwann die Suche aufgibt und wieder weggeht. Nur wo sie hingeht, in welchen Raum, auch das ist alles nicht gescriptet. Das ist kompletter Zufall. Man weiß es nie genau. Man muss also hier sehr, sehr vorsichtig umgehen. Das alles macht das Spiel aus. Das macht so eine wirklich sehr, sehr düstere und unangenehme Stimmung und man weiß wirklich nie genau, wie verhält sich der Gegner und weiß zu keiner Zeit, okay, wenn ich jetzt ganz genau mich hier verstecke und dann hier rumgehe, findet er mich nicht. Davon kann man hier ausgehen und das macht das Ganze so spannend. Was das Ganze noch ein bisschen erfrischender machen soll, ist ebenso die Einführung von cineastischen Sequenzen in Echtzeit. Das sieht wirklich bisher alles sehr gut aus und die Grafik scheint sich auch um einiges verbessert zu haben. Ich war auf jeden Fall wirklich schon sehr begeistert von dem, was ich gesehen habe. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr auch Bock auf das neue Remothered habt. Und ich freue mich drauf. Ich werde es auf jeden Fall spielen. Die Atmosphäre und das ganze Art Design hat mir sehr, sehr gut gefallen. Jetzt gilt es leider noch etwas abzuwarten bis Mitte nächsten Jahres. Und das war es dann auch schon mit dieser kleinen Vorschau zu Remothered. Broken Porcelain. Und damit macht es gut und ihr wisst Bescheid, immer schön weiterzocken. Und damit macht es gut und ihr wisst Bescheid, immer schön weiterzocken. Vielen Dank. ... ... ...